Knoblauch! Ah, da oben gab's glaube ich Knoblauch, ne? Bitte Knoblauch! Ich nehm mal lieber ne Waffe mit. Ne kleine Handfeuerwaffe. Oh, Knoblauch! Ja, gib mir Knoblauch! Ah, was ist es mir jetzt halbwegs wert? Ich meine, ich würde mit meinem Skill auch so mit nem halben Herzen auskommen, aber ich möchte nicht angeben. Nicht, dass andere sich so schlecht vorkommen, verstehst du schon, ne? Ja, und noch einmal für 80. Ja, das geht da runter wie Öl. Ist ja genauso ätzend wie die Benzinpreise. NAAA! Ich hasse euch! Wer hat sich nur so ein Rotzier ausgedacht? Mein Geld! Denkst du, kannst du diese Blödmänner hier kurz übergehen, über umrunden? Und dann springst du wieder zu verlauern. Verpiss dich! Mann, du dummes Sau, Alter! Mann! Langsam reicht mir diese Scheiße! Das ist mir scheiße egal! Nein, eigentlich ist es mir nicht egal. Und wieder da unten! Fick dich! Heute noch! Blöde Pissenhelke, Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich bei dem Spiel so aufregen kann! Wieder so ein Kackbaum! Ich hab den doch aufgenommen! Mann! Blöder Kackbaum! Stirb! Aua! Stirbst du endlich? Stirb! Ah, endlich! Ah, ah, ah! Wo komm ich denn hier hin? Grabel, Grabel! Mann! Und wieder, es ist ein Missgeburt! Meine Pfanne! Diese Scheißböcke gehen wir auf den Sack! Verpiss dich! Mann! Schnell, schnell, schnell! Ah! Du bist ja letztens günstiger als dein Kollege da unten! Ach! Ja, toll! Wir sind schon hier? Was? Falltönen fehlt mir noch eine! Drei Schätze! Und ein... Aua! Penner! Statuenstück! Ich wollte... Mann! Ey, leck mich doch am Arsch! Ah, es ist gar nicht wundervoll! Ah, du dumme Sau, Alter! Ah! Ich hasse diese Stelle hier! Dreh dich, dreh dich, dreh dich! Los, 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 los! Boah! Jetzt ist mal wieder runterkommen! Agro-Modus ausschalten! Und gucken, wo hier was fehlt! Oh! Nur noch zwei Schätze! Den letzten Crystal haben wir gefunden! Geil! Zwei Schätze! Das letzte Wario-Stück haben wir auch! Au! Aua! Das, was ich mir nicht gefallen! Ja, es wird Wario zu tun, hier! Mit der mich im Klötze! Uäh! Aua! Au! Komm mal ruhig runter, hier! Uah! Ich hab Angst vor Schatten! Uah! Oh, ich schreibe hier! Hilfe! 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 Fein! der letzte er war das letzte ich mache das nicht gerne zwei schätze noch alter aber die trophäen sind voll und die grüße haben wir alle das ist schön der zweite und der sechste schatz fehlen der sechste schatz fehlt noch du kommst mit was seid ihr eigentlich opossums oder ihr seht nämlich komisch aus ich habe schon 900 gegner platt gemacht ich war 900 nicht mehr lange sind für mit den gekillten gegnern auf 1.000 auf jeden Fall ja ja haha mich kriegst du nicht da unten war nur ein Knopf ich spring einfach mal runter gut hier war sonst nichts großartiges mehr außer ein paar komischen Kedobären auf dich zu verteidigen du Sauhund äh du Saubär meine ich du Sau ne da oben war nur ne Klappe haha sind alle so teuer ey aua hab ich da was gekitzelt ich glaube ne so hier haben wir die nächste da haben wir schon einkassiert da unten müssen wir nicht her ich glaube hier sind wir einander noch ich glaube wir sind fast ja ich werde gestalkt das ist nicht gut Hilfe wa ja der ist ja super geflogen ey komm her du auch Glühwürmchen oh nein der fällt tot er ist in den Abgrund gefallen er ist gestorben er ist tot nein er ist tot eh 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 ich glaube wir müssen uns voneinander trennen ja der letzte Schatz ja den hab ich ganz vergessen Hilfe juhu ah da können wir uns ja jetzt aufmachen die ekelhafte Spinne zu vertrimmen ich hasse Spinnen falls ich das noch nicht erwähnt habe du klebst das ist gut wir grabbeln uns den Baum hinauf an seinen komischen haftenden Pesteiterbeulen die nicht sehr gesund aussehen Blümchen 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 nicht zu den Böcken runter Eiterbeulen hier Eiterbeulen da Eiterbeulen hier und dort und überall tralalala alles gemeingefällige schwansinnige hier verschwindet waaah 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 woooowow Tarantula is back waaah Tsch Tsch waaah Tsch waaah waaah Tsch Tsch waaah Tsch waaah Tsch Du bist hässlich, hässlich! Das sieht ja aus. Ja, Mann! Ja, Mann! Here we go! Wario Time! Hast du nicht drauf? Oh, eine Schockwelle! Das kann ja sogar meine Oma besser! Hahaha! Woah, gib mir dein ganzes Geld! Woah, du bist so hässlich! Facelift! Huha-haha! Oh, ich lach dich lieber aus! Waaah-haha! Waaah-haha! Waaah! 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 Immer auf den Arsch. Und gut luck. Mist. Ich dachte, er sagt gut luck. Na gut, es geht doch zu stampfen. Äh, das bin ich gar nicht. Das ist schon eher die richtige Richtung. Aber da stehe ich auch nicht. Alter, kauf dir eine Brille für deine acht Augen. Den mittleren Ball. Sie ist als erstes ein Ende. Ja, wir töten ihn so, wie es eigentlich nicht möglich wäre. Na, noch einmal auslachen. Eingesackt. Ja, Mann. Da muss man das ganze Geld, was wir ausgeben mussten. Für Knoblauch zurückgekloppt aus der Spinne. Wow. Alright. Ja, das ist wirklich beautiful. Du bist ja wahr sein. Ja, wer auch da war. Du bist ja auch die Fic zdelgen.